Hallo, hier ist Robert Götz, Martuschewski, auf dem kleinen Zweitkanal Robert Götz, Martuschewski, Premiere. Nur ein kurzer Gruß aus dem Bundestag, ganz kurz, hatte ich schon kurz erwähnt, egal, Robert F. Kennedy, das ist ja hier der eine Ex-Verwandte oder immer noch Verwandte von dem John F. Kennedy, der hat behauptet, dass ihm Donald Trump ein Jobangebot als Vizepräsident angeboten hat oder gemacht hat. Das wiederum würde bedeuten, wenn der Donald Trump, der ohnehin jetzt gerade so irgendwie bei 72 bis 78 Prozent Zustimmung in den USA ist, wenn der jetzt noch den Kennedy als Vizepräsident in die Waagschale wirft, ja, der übrigens ein vehementer Impfgegner ist, ja, dann ist das Ding sowas von durch, ja, dann kriegt er wahrscheinlich 80, 85, 90 Prozent, ja, aber Freunde, das stimmt zwar, ist doch aber nicht richtig. Also wir wünschen natürlich Schlippi-Jo, alles Gute, Joe Biden, ja, Joe Biden, ja, der intelligenteste, klügste und visionärste Kriegstreiber aller Zeiten, Präsident aller Zeiten. Und ich habe übrigens noch eine Bonusnachricht, die Bundesregierung warnt davor, dass der islamische Staat während der Europa-Fußballmeisterschaft hier in Deutschland vermehrt Terroranschläge machen könnte. Bössitzungen sagen, aha, jetzt kommt wieder die, äh, der Angst-Wurno, ja, Angst, 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 ja, Angst vor Pandemie, Angst vor Inflation, Angst vor Krieg, jetzt Angst vor Terror, ja, ist immer so, immer so Intervalle, jetzt ist mal wieder Terror dran, ja, hatten wir ja lange nicht mehr. Ist euch übrigens aufgefallen, dass während der Pandemie es keine Terroranschläge gab, im Großen und Ganzen, drei Jahre, Ruhe, weltweit, bis auf ein, zwei kleine Ausreißer, ja, das war nicht im Plan, ja, es wurde nicht geplant, ja. Ja, es muss auch mal ein kurzes Video sein, das war's heute, ich mache jetzt noch, ähm, WirTube, dann kommt YouTube, hier wird immer gesendet, rund um die Uhr. Meine Truppe grüßt, meine Frau Martina grüßt, unser Goldhamster Ambrosius grüßt, meine Frau Martina grüßt, doppelt und wenn ihr gerade den Gruß nicht entgegennehmen könnt, weil ihr krank seid, ganz schnelle, gute Genesung, wir brauchen euch und wir halten zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Jetzt freue ich mich sehr über den Daumen hoch, über einen kleinen oder auch großen Kommentar und liebe Unterstützer, danke, dass ihr meine Arbeit hier erst möglich machen tut. Danke dafür. Punkt aus Ende. The Shadow Man leaves the Video. Ja, auf YouTube, Zweitkanal, ist nicht schlecht, der Zweitkanal. Ich habe hier bald mehr Aufrufe als auf dem Shadow-Manden-Hauptkanal. Da habe ich 37.400 Abonnenten festgenagelt seit Wochen, ja, und hier wächst es, ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen, ja, Werberitschkan. Habt euch lieb, tschüss Kids.